Hallo, 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 hier wieder Backstage bei Shoki Banoki. Wir sind kurz vor der Live-Sendung Shoki Banoki Late Night hier im Studio. In zweieinhalb Minuten geht's los, da oben ist die Uhr. In zweieinhalb Minuten geht's los, wir sind schon voll nervös. Ich zeig mal das Studio von da hinten, guck mal. Warte mal, ich geh mal ans andere Ende vom Studio. Sag mal was, ich hör dich kaum, alles klar? Nee, du bist da! Okay, das war lustig. Ihr seht doch da irgendwie die Kameras, da ist eine Kamera, hier, wo ist denn das? Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, ist egal. Das kennt ihr ja bei Late Night, dann sind die Kameras ausgerichtet. Hier ist jetzt, zwischen den Kameras laufen wir jetzt hin und her. Haben hier sogar einen Ventilator. Den dürfen wir nicht anmachen, weil sonst rauscht's. Sehr, sehr sinnvoller Ventilator hier im Studio. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier da und wir haben noch... Oh, eine Minute... Anderthalb, eine Minute 40. Eine Minute 40. Jetzt werden wir aber echt... ...nervös, ne? Und das war Backstage bei Shoki Banoki, mal so zwischendurch einfach mal gezeigt, ne? Genau, ihr wisst Bescheid jetzt. Und schreibt mal rein, wie's euch gefällt. Ja, wollt ihr auch mal ins Studio kommen, dann als Gast? Schreibt rein. Dann laden wir euch vielleicht gar nicht ein. Da rumsitzen und zugucken oder so, ja, genau. Genau, genau. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis zur richtigen Live-Sendung. Heute bestimmt gleich. Genau, bis gleich. Cheerio mit Sophie. Gude. Ja… Bis zum nächsten Mal. Tschüss. gravierain. Serv soldiers. Neuele. Besucher von Cortin-LOK career. Die Vor yakima